Stellen Sie sich vor, Sie sind Landwirt. Wie wichtig wäre für Sie das Wetter? Wetterinformationen mit hoher Genauigkeit sind für uns in Deutschland selbstverständlich. Für Kleinbauern in Afrika existenziell notwendig, aber kaum verfügbar. Ich bin in Kenia aufgewachsen. Meine Familie hat Mais angebaut, um unser Schulgeld zu bezahlen. Ich habe erlebt, wie schwer es ist, von der Landwirtschaft abhängig zu sein. Kleinbauern in meiner Heimat fragen sich ständig, was soll ich anbauen und wann ist der richtige Zeitpunkt? Ohne diese Informationen bleiben sie in der Armut verhaftet. Diese Schicksale treiben mich jeden Tag an. Im Studium habe ich eine autarke Wetterstation entwickelt und wir wollen ein Netz von Wetterstationen in Ostafrika spannen. So werden wir Kleinbauern lokalisierte Wetterinformationen anbieten. Feldentwicklung können wir über Satellit verfolgen. So können sie beispielsweise Hinweise zu Aussaat- und Düngungstermine abhängig von Wettervorhersage per SMS bekommen und somit ihre Erträge steigern. Wir mussten Afrika zu einem selbsternährenden Kontinent machen. Das ist meine Vision. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020